Heile Feindführer! Heile Feindführer! Der Verfall der Menschheit! Reichsbürger sind nur der Stabangehörige Deutschen oder Haftverwandten blutet, der durch seinen Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Freude dem deutschen Deutschen Reich zu dienen. Die Schließungen zwischen Juden und Stabangehörigen Deutschen oder Haftverwandten blutet, den Verfolgen! Dieser Rasse zu überzeugen, auch einmal geliehen wird, der Welt die noch verschlossenen Augen zu öffnen und ihr das Judentum und den Bolschewismus in ihrer wahren Gestalt zu zeigen. Und ihnen unermüdlich zuzurufen, die Juden sind schuld! Die Juden sind schuld! Die Juden sagen, ich habe keine Frage davon gesehen Die Unfrage ist eine örtliche Frage. Die Unfrage ist die Frage, die ich im Entfall...